Die zweite Quelle Ironman Europe 1932 ist gestartet! 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 Applaus Jens Buryhausen aus Brunspringe, wo immer das liegen mag. Herbert, kann es sein, dass wir die Japaner gesagt haben, die München erst noch 15 Stunden kommen? Das ist ein Klopfen. Das ist ein Klopfen. Das ist ein Klopfen. Ein Klopfen. Das war die Musik. Untertitelung des ZDF, 2020